Moin moin liebe Leute, da bin ich wieder mit Stories der Path of Destinies. So, ja, wie machen wir weiter? Da entscheiden wir uns doch mal für... Zählen wir mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf, dreizehn und stopp. Das Problem ist, ich weiß, wie ich klicke, aber ich hoch und runter klicke und merke dann, weil ich bin. Nee, klappt leider nicht so. Wir gehen dem Vater, liebe. Was machst du? fragte Zenobia. Habt ihr immer gefragt, warum der Emperor dich adoptierte? Er fragte sie. Sie schlug ihre Hände. Er sagte ihr, seine Majestät wollte die verlassenen Gäste zurückbringen. Sie konnten ihn ein Eater von Seelen machen. Ein Immortales. Aber um seine Beobachtung mit ihnen zu schlugen, brauchte er eine Sacrifice. Jemand, der wirklich ihn liebte. Sie war überraschend. Furious. Du liegst. Unter einem wahrsten Spell? Das ist ein Trick. Du kannst das nicht verhindern. Geh mich zur Observatoren. Und ich werde. So, also, folgen wir dem Vater, liebe. Probieren wir sie zu überzeugen. Dass ihr Adoptivvater, eine Kröte, sie umbringen will. Als Opfer. Ja. Also, auf zu Ende warte mit Zenobia. Vielleicht wird es eine liebe kleine Romanze. Vielleicht haben sie Babys am Ende. Kinder. Sie heiraten. Ja. Ich schweife zu weit ab vom Thema. Ja. Ne. Schauen wir doch mal. Was daraus wird. Jetzt zeigen wir mal die Beweise wirklich, dass der Adoptivvater, die Kröte, Zenobia, die Katze, opfern will. Um selber viel, viel stärker zu werden. Das wird interessant. So. Was. 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 Na ja. Geh ich mal vor. Du hast ja Angst entdeckt zu werden. Oh Gott. Kooperation mit dem potenziellen Feind. Äh. Weichei. Aber die klettert wahrscheinlich jetzt die Wand hoch, weil der Fahrstuhl kommt ja nicht mehr runter. Du guckst jetzt quasi zu, wie ich deine Gefolgsleute abschlachte. Was auch schon sehr, sehr interessant ist. So. Zenobia. Das ist nicht die feine, katzige Art. Das heißt zwar in Englisch, aber okay. Das macht man nicht Zenobia. Entweder man steht dazu, dass man sich informiert oder nicht. So. Zack. Die Dinger lasse ich da außen mal vor. Ach. Ich hätte noch den Eiskristall nehmen müssen. Zack. Da. Ich werde ja möglichst viele Raben erwischen. Das ist eigentlich mittlerweile der Grund, warum ich das abgehe. Weil da könnten immer noch Rahmen sein, die ich noch abschlachten kann. Klingt immer ein bisschen herber. Aber es ist ja nichts anderes als, sie zu vernichten, zu besiegen. Töten will ich das jetzt mal nicht unbedingt nennen. Ja. Wobei. Aus der Perspektive von den Pixelhelden könnte man das schon so nennen. Würde ich jetzt mal sagen. Oh. Treppchen, 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 Treppchen. Oh. Mann ist das weit, Alter. Ich hätte ja schon auch der Hälfte des Wegs schon abgehoben gedacht. Fick dich, Wedge. Kümmere dich halt ein. Ich hab keinen Bock mehr. Zack. Alles wie Butter. So muss das gehen. Der war gut, oder? Meint er nicht auch. Na ja, hier geht's sonst nirgends so weiter. Den Anfang nehmen wir trotzdem mit ab. Alles gesund bringt Vitamine. Mehr Power für den nächsten Kill. So. Das haben wir denn hier. In der Schule lernen wir die Prinzipien des immerwährenden Kaisers. Des letzten Gottes, der den Himmel durchbrach. Er würde die bösen, verlorenen Götter verbannen und uns das Geschenk der Zeit geben. Aber könnte ein Mann wie göttlicher auch sein möge etwas so Komplexes wie Zeit kreieren? Ich habe meine eigene Theorie. Ich glaube, dass die Zeit eher ein Symptom als ein Geschenk ist. Ich bin der Überzeugung, dass auf kosmischer Ebene eine Pendelbildung zwischen Ordnung und Chaos besteht. Der immerwährende Kaiser setzt dem Chaos ein Ende und begann so das Zeitalter, in dem wir leben. Ein Zeitalter von Ursache und Wirkung. Von Fakten und Logik. Zeit ist nichts weiter als der Hintergrund, auf dem diese Gesetze sich manifestieren. Die Grundlage des Begleiters. Der Ordnung. Entropie. Aber im Zeitalter des Chaos, wenn die verlorenen Götter regieren, ist Wahrnehmung wichtiger als Fakten. Emotionen gestalten Welten und die Zeit existiert nicht mehr. Das Zeitalter der Ordnung geht dem Ende zu. Ich treibe das Unaußerliche lediglich voran. Die Entropie wird zerstört. Das Schicksal wurde gebrochen. Das Ende der Zeit naht und ich werde es mit offenen Armen entfangen. Imperator Isengrim, der dritte geheimes Tagebuch. Ich weiß, wir kennen die Geschichte schon, aber ich lese es gerne nochmal vor. Vor allem ist es immer schwer abzuschatten, ob man es schon kennt oder nicht. Hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon. Genau. Das ist verwirrend manchmal. Manchmal ist es extrem verwirrend. Manchmal ist es wirklich richtig böse verwirrend. Schauen wir es diesmal an Zenobia zu überzeugen. Gehen wir den Weg zu Ende. Werden wir mit ihr gemeinsam für eine bessere Welt sorgen. Viele schöne Katzenfuchskinder und Hasenkinder und vielleicht auch liebende Raben, die dann nicht mehr alles anknabbern, die dann teilen. So eine ideale, kleine, süße Welt. Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Alter, wenn der Modus an ist, dann geht das ab. Dann ist das hier... Dann ist das wie durch Butter gehen. Bam, 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 bam. Stirbt das alles. Aber ich glaube, ich habe... Ich glaube, das Spiel... Das ist so eine der Themen... Das ist gar nicht so richtig vorgesehen gewesen, dass man so oft spielt, dass man die wahre Story findet. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe immer auch keinen richten Anhaltspunkt. Ich... Ja, wobei... Ich... Ja, wobei... Keine zufriedenstellende Antwort. Das schwebt mit... Ein Stein. Ja... Das könnte... Das ist eine gute Frage. Ja, wirkt... Ich... Meine grobe Vermutung liegt... Hier fehlt irgendwie immer noch was. Hier fehlt... Eindeutig der Hintergrund. Meint er nicht auch? Aber wirkt meine grobe Vermutung ist, dass... Lapino der Schlüsse ist am Ende, nicht Zenobia. Der Emperor hat genug Zechriften von Renato, um die Rebellion zu verletzen. Es wäre ein fairer Geld, wenn die Wissenschaftler zu verletzen könnte, Zenobia zu verletzen. Renato war kein Physiker. Aber er könnte sagen, dass etwas falsch war, auf der Trajektorie von diesen Kanälen. So... Zwei... Ach Gott, ich bin grad schlecht. Ich bin richtig schlecht. Nee. Ach, perfekt. Drei... Die hätte mich gar nicht erwischen dürfen aus meiner Sicht. Aber okay. Aber okay. noch nicht möglich. Ich meine auch leider keinen Fall zu fahren. Es especiales Mandela! Gila ich? Pfeierlich! Das war der Müller vomologe lavoro! Scheisskampf! Ich war schlecht. Müssen wir uns mal ein bisschen heilen. Warte, wir haben hier noch die Kiste. Ich komme da nicht ran. Doch von der Seite komme ich zumindest ran. So, voll sind wir. Da müssen wir umschalten. Wir nehmen das Eisschwert. Ich nutze die Fähigkeiten von den Schwertern eigentlich viel zu selten. Jetzt kommen wir an. Was ist denn hier los? Alles verbrannt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich gehe nach der Fähigkeiten und frage ihn. Ja. Ich werde dich in den Bänden treffen. Es ist etwas, das ich erst zu bekommen muss. Aber, ob er sich in den Bänden treffen könnte? Der Imperator stellte. Aber die Rebellenstützung war in großer Gefahr. Denn er hatte sämtliche Geheimnisse der Rebellen verraten. Wo auch immer Zenober sich aufhielt, er steckt zu tief drin, um sie sich selbst zu überlassen. Vielleicht sollte er sie in den Bergen aufsuchen. Das selbe Thema haben wir hier, den ersten Abschnitt, befreien den Rebellenstützpunkt. Und was auch immer Zenober plant ist. Seine Priorität war die Rettung des Rebellenstützpunktes. Er würde Zenober wiedersehen. Daran hatte er keins aber doch. Erst musste er zum Rebellenstützpunkt. Ja. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Und ich bedanke mich schonmal fürs Zusehen. Und ja. Ich freue mich darauf, dass ihr mir in den Kommentaren reinschreibt, was wir als nächstes machen. Und. Boah. Daher bedanke ich mich schonmal für die Kommentare. Fürs Zuschauen nochmal. Und. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.